Robineau Noir, 13-jährige Württemberger von Robineau Royal abgestammelt. Es präsentiert sich hier sehr leichtfüßig, sehen auch die Diagonale jetzt im starken Trab. Das Pferd fußt dynamisch ab. Jetzt ist die Schulterreihe nach rechts, da raus die Wolter und jetzt dann der Übergang in die Traversale. Hier könnte jetzt in dem gesamten Ablauf das Pferd noch etwas runde im Genick sein. Oh, das Rückwärtsrichten hier nicht so ganz gut gelungen. Das Pferd fußt nicht diagonal ab. Und war auch noch schief. Jetzt die Traversale nach links. Flüssig und gleichmäßig im Ablauf. Jetzt die Wolter wiederum mit einem leichten Verwerfen. Und die Schulterreihe dann nach rechts und wiederum in die Trabverstärkung und dann der Übergang daraus resultierend zum versammelten Schritt. Die Trabverstärkung jetzt hier schön dynamisch abfußend und der Übergang zum versammelten Schritt. Jetzt der Übergang zum versammelten Schritt. Jetzt hat sie sehen, die weitere Ami lässt den Hals des Pferdes fallen. Ein weniges Angaloppieren und dann jetzt das Abwenden auf die Mittellinie. Und daraus resultierend die Galopp-Draversalen. Hier die Traversale nach links. Wenig ins Seitwärts gesprungen. Insgesamt muss sich das Pferd hier auch noch etwas mehr tragen. Und der Ablauf sollte noch mehr ins Berg auf angelegt werden. Jetzt der starke Kalopp. Sie sehen, nicht auf ganz gerader Linie. Die wechseln zu drei Tempel. Ah, sicher. Und nun die beiden Pferden. Erst die nach links. Hier müsste auch noch etwas zentrierter angelegt werden. Aber der Wechsel ist sicher im Durchsprung. Die zweite Piorette etwas kleiner als die erste. Also damit auch ein bisschen besser gelungen. Jetzt wieder die Wechsel A2 Tempi. Sicher im Durchsprung. Hätten vielleicht etwas besser eingeteilt werden können auf der Diagonal. Sie hat etwas früh begonnen. Deswegen hinten noch ein bisschen Platz gehabt. Das ist immer gucken beim Einteilen. Das ist ziemlich zentral auf der Wechsellinie passiert. Jetzt nochmal der starke Traub. Und der Übergang zum Versammelten. Und die Schlusslinie dann auf der Mittellinie. Und nochmal ein geschlossenes und ruhiges Halten. Danke Ihnen, Lehrer. Und ein herzliches Leben.